Was soll Leute? Hier ist wieder Drag Linus. Mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt. Kingdom Hearts Days. Wieso habe ich mich bewegt, dass mein Controller, oder was auch immer mich dazu bewegt, manchmal einen Schritt zu machen. Ist so ein kleiner Fehler, ich schätze mal mit dem Emulator oder mit der Eingabe, die ich hier mache, vielleicht auch Motion. Obwohl ich schüttel jetzt den Controller und nichts passiert. Egal. Im letzten Part haben wir die Ziele der Organisation erfahren. Von Saxion und Malusha wurde uns einiges gesagt. Pass auf du! Ich werde gleich böse. Beweg dich nicht. Über die Organisation wurde uns einiges gesagt und vor allem Roxas Rolle in der Organisation, der als einziger Schlüsselschwertträger das Ziel für Kingdom Hearts zu sammeln. Erfüllen kann. Hm. Das Schloss, das niemand war. Äh, das niemals war. Wir sind hier am grauen Ort, in der Welt, die niemals war. Für deine heutige Mission brauchst du Magie. Das sagt er mir nur für den Fall, dass ich es ausgepackt, äh, also nicht eingepackt hatte. Dann würde er mich zurückschicken. Heute werden wir eine Mission mit Larxin unternehmen. Die schon vorausgeeilt ist. Sie ist, äh, ich kann sie nicht leiden. Schön, dass du kommst. Äh, hi. Ah, schlimmer geht's nicht. Warum muss ich mit dir diese blöde Baby-Mission machen? Leite ich vielleicht den Kindergarten? Lass das D-Mix erledigen. Sonst ist der Enitsu nicht zu gebrauchen. Was? Was? Hast du etwa was zu sagen? Nein. Pff. Oh, ohne das Schlüsselschwert wärst du gar nichts. What the fuck? Oho, ich hab eine Idee. Keine Ahnung, was das gerade war. Ist mir beim ersten Mal nicht passiert. Oh je. Du kannst die heutige Mission ohne dein Schlüsselschwert erlegen. Was? Wieso? Weil ich es sage. Sykes hat doch gesagt, du sollst heute Magie trainieren. Oder? Jetzt heißt es schwimmen oder untergehen. Oder untergehen. Ich weiß nicht, wie man Magie anwendet. Wenn du weiterhin mit diesem übergroßen Schlüssel herumfuchtelst, lernst du sie nie. Ja, aber... Ha, perfekt. Ein Herzloser. Mach schon, erledige ihn. Aber du musst Magie anwenden. Ich sehe von hier aus zu. Danke. Tutorium. Wir können nichts drücken und dann auf Magie schwenken. Und dann können wir die Magie einsetzen. Später gibt es da noch einen Shortcut für. So. Danke, dass ich es endlich machen darf. Hier haben wir einmal Feuer. Hast du Feuer? So, lass mich... Oder auch nicht. Oh, da kommen noch mehr. Mach weiter. Mach sie nieder. Bei deinem Pempo verbringen wir hier noch einen ganzen Monat. Los. Diesmal kannst du dein Schlüsselschwert benutzen. Warte. Was mit dem Magieunterricht? Willst du diese schrecklichen Missionen jetzt abschließen oder nicht? Jetzt los. Okay. Meine schönsten, wenn du fragst sie... Ach, und falls du Heilung benötigen solltest, heil dich selber. Ich glaube, ihr versteht, warum ich sie nicht mag. Wir können unsere Heilung dort einsetzen. Wir bewegen uns ebenfalls drauf zu wie mit Magie. Und je mehr Heilung wir hier in der Tafel ausgerüstet haben, desto mehr haben wir dann. Das geht übrigens auch mit Magie. Ach, stellt euch vor. Und mit Ethan. Wir müssen uns vor der Mission ausrüsten. Magie und Halt-Items können auch zugeordnet werden. Halte L gedrückt und während du ein Item oder eine Magie wärst, drücke A, B, X oder Y, um so zuzuordnen. Als nächstes schließe ich das Item-Menü und das Magie-Menü und halte die Anzeige... Äh... Ja. Halte zum Anzeigen die Taste L gedrückt und dann können wir sie mit A, B, X oder Y in der Tastenkombi verwenden. Hm. Demonstrieren wir mal. So, und jetzt mach ich mal, äh, Feuer ist A. So, jetzt gehen wir zurück. Autsch. Lass mich erstmal die Truhe öffnen, das wollte ich eben schon machen. Wir haben einen Eta erhalten, das ist unser allererster. Na, 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 na. Unser Potion erstmal auf, ähm, für mich Viereck legen. Was für uns jetzt Y ist. Und wenn ich jetzt so drücke und A, schneide ich den Feuerball. Oh, wie, und ach. Natürlich, äh, kann ich das auch immer noch mal manuell auswählen, weil ich kann da ja bloß vier Slots belegen insgesamt. Dementsprechend macht beides seinen Sinn, dass wir beides haben. Magie stockt sich am Ende einer Mission übrigens wieder auf. Deswegen, hab nen Feuerball. Na, na. Oh, das wird doch langsam Zeit. Schlimmste Mission aller Zeiten. Wenn du unser großer Schlüsselschwertmeister bist, dann haben wir ein echtes Problem. Mann, kannst du mal deinen Mund aufmachen? Reiß dich zusammen oder Kingdom Hearts wird niemals komplett. Herr Seiden, wir finden jemand anderen für das Schlüsselschwert. Was? Es gibt noch einen anderen? Geht dich nichts an. Kümmer dich darum, Herzlose zu besiegen und Herzen für uns zu sammeln. Vielleicht wirst du ja eines Tages wenigstens mittelmäßig darin. Gehen wir, bevor mich noch dannetwegen sämtliche Gehirnzellen verlassen. Ja, aber es gibt hier noch einen Schatz zu finden. Ah, Schatz Nummer 3. Der Äther. Auf zum Äther! Und zurück zum Schloss. Hihi, wir haben Bürospülter sogar erhalten. Und die Analysefähigkeit. Die rüsten wir gleich aus, dann sehe ich nämlich, was Gegner verleben haben. Du gehörst heute mir, Roxas. Okay. Sprich mit Sykes, wenn du fertig bist. Nun gut. Und jetzt können wir endlich die Typ-B-Steuerung haben. Danke. So. Konfiguration. Und Typ-B-Steuerung. So, jetzt kann ich mich manuell umsehen. Da haben wir es doch endlich. Ich schätze mal, dass es nur kleine Speicherung wert ist. Hier. Ihr seht, dort bei Tag 23 war ich bei Part 5. Wir werden also ein paar Tage springen. Ähm. Tafel. Ich habe jetzt die Analyse. Die muss rein. Und ansonsten können wir mal Eta machen, der meine Magie-Einsätze wiederherstellt. Um eine gewisse Zahl. Guck mal, ich kann meine Kamera jetzt so drehen. Was willst du? Ich bin beschäftigt. Hau deinen Kopf gegen eine Scheibe oder so. Tu was Nützliches. Okay. Wenn du meinst. Kann ich auch noch die Kamerageschwindigkeit einstellen? Wir machen die schnelle Steuerung. Das ist schon besser. Mann, warum ist Laxin bloß so eine Hexe? Hm. Da lag wohl wieder mal. Da lag ich wohl wieder mal richtig. Irgendwie verlese ich Wechseln immer. Bereits zum Aufbruch? Hm. Ja. Hör mir gut zu. Deine heutige Mission ist, dieses Gebiet zu erforschen. Erforschen? Aber was ist mit dem Bekämpfen von Herzlosen und Sammeln vom Herzen? Oh, es steckt noch viel mehr hinter der Organisation als das, Junge. Unsere Arbeit würde nur halb so glatt laufen, wenn wir nicht vorher Informationen sammeln würden. Glücklicherweise bist du in guten Händen. Ich werde dir helfen, deinen gefühllosen Geist zu beleben. Sieh doch hier erst mal. Sieh dich hier erst einmal um und bestatte über alles ungewöhnliche Bericht. Und geh nicht, bevor du nicht sorgfällig alle verfügbaren Hinweise überprüft hast. Wie gesagt, für den Verleser entschuldige ich mich. Wir werden jetzt überall, wo so ein Ding auftaucht, einmal A drücken. Und zum Durchbruch müssen wir alle haben. So, das erklärt uns jetzt gerade die Missionsdingungskistens. Schieb dich mal wegwechsen. Heißt du deswegen wechsen? Oh mein Gott. Revelations. Schocken Revelations. Nun, bei denen macht es Sinn das Wechseln mit, Klopp, weil von denen kriegen wir ja keine Herzen. Schauen wir uns doch erst mal das Tor. Nein. Nun, ich würde mal sagen, hier kommen wieder Herzlose. Und das sind Herzlose, die ich mit keinem anderen Kingdom Hearts Spiel jemals gesehen habe, meine ich. Wir hatten sie nicht in Kingdom Hearts 1, wir hatten sie nicht in Bluff by Sleep. Stimmt, ich erinnere mich gerade wieder, wir hatten in Bluff by Sleep Herzlose bekämpft. Wohl aber nur eine geringe Anzahl von Arten, weil das nur mit Aqualina Secret Story in der Welt der Finsternis war. Nein, nein, nein. Falle runter wechseln, genau so ist es richtig. Ich sollte wahrscheinlich erst mal in die andere Richtung, dort hinten hin. Entweder hier bei dem Ring oder das andere links da. Ich glaube, hier werden Engelsteine verkauft. Das kann jeder sehen. Hier sind lauter verschiedene Fliesen. Fast wie eine Straße. Faszinierend. Und... Äh... Wenn du nur das Öffensichtliche sagst, werden wir nicht weit kommen. Wow, was verkaufen die hier? Das sollst du doch herausfinden, du Idiot. Es geht nicht darum, nur rumzugaffen. Analysiere das, was du siehst. Äh, es gibt viele Läden. Es ist eine große Stadt. Beides ist nur das offensichtliche Ort. Das ist behilfmöglich. Ist das alles... Das hättest du sofort bemerken sollen. Hm, das könnte das Stadtzentrum sein. Die Läden scheinen gut zu laufen. Das könnte das Stadtzentrum sein. Könnte. Sagst du das oder fragst du das? Roxas. Du guckst, aber du siehst nichts. Ich sehe folgendes. Die gesamte Stadt wurde auf deinen Berg errichtet. Deshalb sind die Straßen so steil. Auf den Bergterrassen... Äh, auf den Bergterrassen... ... wurden Häuser gebaut. Und auf dem Gipfel ist ein Bahnhof. Züge sind das Hauptverkehrsmittel der Stadt. Siehst du den Uhrenturm da oben? Das ist das Bahnhofsgebäude. Aufgrund seiner Position wissen wir, dass es sich wahrscheinlich um eine Hochbahn handelt. Und das muss die Innenstadt sein. So viele Geschäfte. Was ist mit diesem Weg, den du erwähnt hast? Hier müssen Straßenbahnen fahren. Sieh mal genauer hin. Das sind Abdrücke. Was hast du jetzt alles gerade rausgefunden? Genau darum geht's. Ich hab nur erklärt, was ich gesehen habe. Du musst nichts herausfinden. Das ist der nächste Schritt. Die Analyse der gefundenen Daten. An den Bekleidungsgeschäften und Juwelieren können wir erkennen, wie die Bewohner leben. Die Stadt ist ein Abbild ihres Lebens. Erschütternd. Einfach erschütternd. Dein Kopf ist nicht gerade für sowas gemacht, nicht wahr? Aber du bist hier noch nicht fertig. So ein Ergebnis macht mich zum Gespött des ganzen Schlosses. Folge diesem Weg und erforsche den Rest der Gegend. Und bleib bitte auf dem Weg. Auf diesem Weg findest du alles, was du wissen musst. Vorausgesetzt, du beherrschst logisches Denken. Nun, ich hab dir offenbar vorausgegriffen, weil das war, was ich eben versucht habe. Neuer Durchbruch. Naja. Weiterer Durchbruch ist das nicht. Nun, wir haben da hinten das Tor. Los geht's. Ich war ja eben schon da. Der Eingang ist verschlossen. Die Straße führt direkt in dieses Gebäude. Dann kannst du dir sicherlich denken, wofür der Eingang ist. Ja, für die Straßenbahn. Da ist ein Loch in der Wand. Äh, so war das nicht gemeint. Da ist ein großes Loch in der Wand. Auf der anderen Seite ist ein Wald zu sehen. Wir erforschen jetzt die Stadt. Haben sie dir nichts über Barrieren gesagt? Doch, haben sie. Ich wollte es nur nicht unbeobachtet lassen, wechselnde Wut. Naja. Hoch. Sind wir gerade ein bisschen runtergefallen? Naja, macht nichts. Dann halt wieder hoch. Nam, 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 nam. Hier haben wir was. Bögen, Treppen. Hier kann man sich leicht verlaufen. Leicht verlaufen. Du musst eine geistige Karte dieses Ortes erstellen. Betrachte das hier als Orientierungspunkt. Als Hinweis. Ich schätze mal, hier drin war noch was. So, mir ist herzloser. Werner von euch wird leben. Büro spielt. Bäm, bäm, wäm, wäm. Na, 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 na. Verschlossen. Du brauchst nicht jede Tür zu öffnen, an der wir vorbeikommen. Versuch dran zu denken, dass das eine geheime Operation ist. Wenn du gesehen wirst, werden sie dich unter die Lupe nehmen. Der Gejagte wird sich selbst zum Jäger machen. Und umgekehrt wird der Jäger zum Gejagten. Eine Sache, die wir nicht wollen. Und zuletzt der Tunnel. Ah. Offenbar wäre jemand nicht, dass ich diesen Tunnel betrete. Oder beziehungsweise analysiere. Wäre wahrscheinlich das bessere Wort. Ein unterschiedliches Tunnelsystem? Ich habe die Kamera mistig ausgerichtet. Es ist verschlossen. Achte auf die Zahl über der Tür. Das ist die Bezeichnung dieses Tores. Da steht die Nummer 4. Genau wie du die Nummer 4 bist, wechseln. Genau. 4. Nicht 1. Das bedeutet, es gibt mehrere Tore. Wir haben die ganze Gegend abgesucht. Okay. Und was hast du herausgefunden? Äh, so. In der Stadt gibt es viele Brücken und die Straßenbahnen umkreist die Piazzia. Oh, und da war ein Eingang zu einer unterschiedlichen Passage. Aber er war verschlossen. Gab's noch mehr? Ähm, äh... Schon gut. Ich will nicht, dass du dich überanstrahlst. Du hast dich verbessert. Auch wenn du wesentlich weniger Talent hast als ich. Du bist fertig, Junge. Kehr jetzt zum Schloss zurück. Mit mehr Zeit hätte ich es herausfinden können. Ach, ist das so? Dann nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Aber misst dich nicht an mir. Kleine Schritte für kleine Geister. Nun gut, wir haben noch mehr Zeit. Dann können wir den Missionsfortschritt auf das Maximum treiben. Wups. So. Mal gucken. Was hatten wir denn dann noch? Ja, da hinten. Hey, lasst mich in Ruhe. Hä! Das war's schon. Der Kampf ist vorbei. Wir hatten eine Menge Spaß. Jener Eingang, mit dem der Tor... Äh, mit dem Tor führt in diesem Bereich. Und dann hört die Straße auf. Wir wissen, die Straße ist für die Tram. Das muss das Tram-Forum sein. Endlich ein Funken Verstand. Mist, nein. Ich bin schon wieder auch beim ersten Mal, als ich das aufgenommen habe. Aber ich habe auch das wechselnd gelesen. Mein Training zahlt sich aus. Ich weiß nicht, wieso ich Roxas das wechseln lese. Wir sind das schon zum zweiten Mal hintereinander. Immer an derselben Stelle. Und das war mein einziges Mal, dass ich das jemals gemacht habe. Bei beiden durchlaufen bis jetzt. Oh Gott. Ha. Diesmal ist es die Gasse. Außerdem gibt es noch eine Truhe, die ich nicht gefunden habe. Der Fleck hier ist total unauffällig und von Gebäuden umgeben. Aber warum sollten sie ihn offen lassen? Es muss einen Grund dafür geben. Es wird sauber gehalten. Was bedeutet, es wird genutzt? Da müssen hier ziemlich viele Leute durchgehen. Genau. Endlich ein Funken Verstand. Na gut, jetzt habe ich ein bisschen verlesen wieder. Nicht schlecht. Endlich beginnst du das Gesamtbild zu sehen. Aber, auch wenn ich dich lobe, du musst diese Dinge auf den ersten Blick sehen. Ach, okay. Du musst das Maximum an Informationen in einem Minimum an Zeit gewinnen können. Trödelst du zu lange herum, riskierst du gesehen zu werden. Manchmal sind die Einheimischen misstrauisch. Du musst noch misstrauischer sein. Ich verstehe. Die heutige Mission war nur zu einer Übung. Ich bin zufrieden. Gehen wir zurück. Nein, nein, nein. Ich finde es lustig, dass ich manchmal tatsächlich 60 FPS habe, statt 30. Äh, nein, 61 FPS statt 60. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Schatztour, die ich übersehen habe? Aber die würde ich eigentlich noch liebend gerne mitnehmen. Ich muss sagen, meine Items überhaupt. Da geht noch eine Wege. Ich schätze mal, die Truhe wäre, wenn dann hier oben. Tatsache! Weil, bei meinem letzten Durchgang habe ich sie übersehen. Übrigens auch die dritte Truhe bei Lachsien. Pyrosplitter. Naja, kann man gebrauchen. Mensch. Ob soll der Geist? Ich habe es verpasst. Ich weiß. Und zurück zum Schloss. Damit ist die Mission erledigt. Irgendwelche Fragen? Äh, wie oft muss ich sowas machen? Wann immer die Organisation mehr Informationen über eine Welt braucht, natürlich. Jede Welt ist einzigartig mit eigenem Gelände, eigenen Werten und eigener herzlosen Bevölkerung. Alles Faktoren, die für die nächste Mission von entscheidender Bedeutung sein können. Moment. Jede Welt? Gibt es etwa mehr als einer? Ja, Junge. Du hast doch nicht geglaubt, du würdest ewig hier rumschleichen, oder? Du wirst viele Welten aus den verschiedensten Gründen besuchen. Aber unser Ziel bleibt das gleiche. Kingdom Hearts. Genau. Komm jetzt. Yippie. Puzzlebaum erhalten, ich kann mich rollen danach. Yippie. Back and forth, to and from the same places every day. Sometimes we go to other places on real missions, but we can't cross the walls that divide the worlds. That's why we create our own paths in the darkness. Or so they say. Tag 13. Okay, in diesem Tag wird etwas kommen, was mich mehrere Versuche kosten könnte. Roxas. Lexis. Wird dich heute auf einer Mission begleiten. Komm zu mir, wenn du bereit bist. War es dieser oder der nächste Tag? Ich weiß es nicht genau. Das ist Lexis. Ich habe ihn schon mal vorgestellt. Mal gucken, wen haben wir denn hier noch? Malusia. Nummer vier, äh, Nummer 13 und Nummer 14. Du bist fertig? Naja, geht so. Ja, was ist? Verschwende meine Zeit nicht mit unsinnigen Geschwätz. Du bist nicht unsinnig... Nein! Ich bin ein Player! Ich darf das! Ich bin eigentlich noch nicht bereit. Ähm, denn für mich ist es an der Zeit, den Part zu beenden. Danke fürs Zusehen. Wobei ist es das? Wir hatten Wechsel. Und das Magie-Totorial. Ja, danke fürs Zusehen. Kommentier nicht vergessen. Dragline ist over and out. Ich gliedere die Parts nur so, wie ich es bei der ersten Aufnahme hatte. Danke fürs Zusehen, wie gesagt. Tschüss! Tschüss! Tschüss!